Perfekt. Da ist die Lücke. Sorry, hab's gleich. Entschuldigung. Nee, nee, ich hab's gleich. Alles gut. Nee, ich glaub, der passt hier nicht rein. Okay. Ach, Moment. Ich muss das nur rausnehmen. Nee, jetzt passt's. Hallo, mein Koffer. Perfekt. Ja, super. Jetzt mal kurz die Toilette. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ah, perfekt. Hier kann ich jetzt durch. Entschuldigung. Ich muss aber hier nur kurz die Toilette. Oh, die Tasche. Ey. Scheiß Kopf, oder? Vergessen. Entschuldigung. Entschuldigung. Könnt ihr noch eine Cola bekommen? Ich muss voll auf die Toilette. Ist doch gut. Ach hier, übrigens. Ich würd sagen, wir nehmen einfach direkt ein Taxi. Ohne Scheiß. Thomas, seid ihr auch im gleichen Hotel? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Boah, Alter. Das ist so unbequem hier. Oh, sorry. Boah, ey. Kann ich nicht vielleicht hier rein? Oh, schon viel besser, ey. Moment, einfach... So. Boah, viel besser. Bequem. Boah. Entschuldigen Sie bitte, können Sie ein bisschen Rücksicht mit Ihrer Tasche nehmen? Entschuldigung, die ist ein bisschen zu groß. Da sollen wir die am besten mal oben verstauen. Entschuldigung. Wir stellen die mal kurz hier ab. Was ist denn? Ey endlich mal wieder Malle! Jetzt wird's gefickt! Jetzt wird's gefickt! Scheinbar ist deine Titten mal! Was ist denn? Morgalow! 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 Jawohl Leute! Stuhl jetzt! Noch noch ein bisschen Stimme hier vorne! Oh nein! Was ist denn normales? Zweieinhalb Sterne! Hostel! Der Rock ist auch ein bisschen lang, oder? Hey, sagst du Gäste! Wer ist der? Hey, sag mal ein bisschen Haut! Ich hab 170 Euro für das Ticket bezahlt. Hey, die gekuckt doch! Ja, ja. Müsst du jetzt jeden Moment starten. Entschuldigung, wir sind jetzt zum Start bereits. Wir müssen ihr Handy ausschalten. Ja, ja. Genau. Ja, jetzt geht's endlich los. Ja, ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dings, sollen wir uns dann heute Abend direkt treffen noch? Wir wollten jetzt starten bitte. Müsst du ihr Handy ausschalten? Mach ich, mach ich. Okay. Mal durch. Ja, lass uns dann einfach heute Abend direkt treffen, oder? Soll ich's nochmal übersetzen, oder? Ich bin, ich hab ja aufgelegt schon. Danke. Holt mich einfach ab. Oh, der kommt. Jetzt reicht es aber wohl langsam, oder? Ja. Jetzt reicht es. Hey, sorry Dicke, ich muss grad aufregen. Dasselbe gilt auch für Sprachnachrichten. Ist ja Flugmodus, sendet ja gar nicht. Aus. Das war nur ein Unlock. Nee, ist komplett aus jetzt. Akku leer. Da, da. Hallo, mit wem spreche ich denn die ganze Zeit? Hast du meine Sprachnachricht bekommen? Ah, danke. Ich brauche jetzt den Kugel. Geben Sie mir das Handy! Reisen Sie auch auf? Ich finde ja, wenn man viel fliegt, dann gewöhnt man sich irgendwann dran, ne? Auch nach Barcelona? Ah ja, klar. Muss ja, wir sind's ja im gleichen Flieger, ne? Ich finde das immer toll, was man so für Leute trifft im Flieger. Ja, super Aussicht, oder? Ich hab vor zwei Jahren mit dem Orangensaft hier noch 2 Euro gezahlt. 2,50. Ich sag ja immer, es ist Wüste Deutschland, ne? Ja, Leute, das ist ne lustige Runde hier. Wie gefällt euch denn der Flug so bisher? Das? Entschuldigung. Wir unterhalten uns hier gerade gleich. Na, unterhalten wir uns hier und dann kommt die einfach rein. Hallo? Tu alles? Ich glaub dem Kollegen geht's nicht so gut. Ich hab mich gerade noch angeregt unterhalten. Können Sie ein bisschen Rücksicht nehmen? Ich glaub wir sind am Schlafen. Ne, wir quatschen. Erstmal die Jacke ausziehen. Eine Sekunde bitte. Nehm ich die mit und dann packe ich die rein. Ach, ich nehm die mit, da hab ich nämlich noch mein Handy drin. Ich hab meinen Platz direkt hier vorne. Ich bin sofort fertig. Nein, ich pack die hier rein. Eine Sekunde noch ein Handy. Klar denk ich an dich Schatz. Mach dir keine Sorgen. Und was macht denn Nico so? Ja, in zwei Wochen bin ich ja wieder da, weißt du? Lief gut. Küsschen aufs Nüsschen. Ja. Ich hab Hunger bekommen. Können Sie mich einmal kurz setzen? Ein paar Snacks. Ja, eine Sekunde. Bitteschön. Danke. Oh, endlich. Ich hab noch was zu lesen. Das sieht nicht interessant aus. Endlich, ey. Oh, hi. Ich hab da noch ne Frage. Wie lange dauert das so ungefähr bis wir ankommen? Tolles Kostüm. Danke. Ist das üblich so bei Bullshit Airlines? Können Sie mal ganz kurz raus? Ich muss eben auf Toilette. Tut mir leid. Dankeschön. Ich muss noch einmal kurz rein. Danke. Ich glaub ich muss doch noch mal. Einmal noch. Entschuldigung. Du hast irgendwie so viel getrunken jetzt auf dem Flug. Einmal noch. Dankeschön. Tut mir leid. Hände waschen, hab ich vergessen. Einmal ganz kurz. Entschuldigung. Perfekt. Jetzt haben wir's. So, jetzt aber. Ich hab total vergessen jetzt abzuspülen. Vielleicht noch einmal kurz. Danke. Jetzt. Mach das. Ich muss noch einmal kurz rein. Letztes Mal. Endlich mal sitzen bleiben. Den Rest des Flugs. Ich muss noch einmal ins Bad eben. Zähne putzen. Einmal nur. Ich musste nur einmal raus. Ein einziges Mal. Entschuldigung. Ich musste das eine Mal jetzt kurz raus. Gleich muss ich noch einmal kurz auf Toilette vielleicht. Aber sonst war's das erstmal. Den Flug überleben wir nicht. Wir stürzen ab. Bei Ihnen ist das egal. Aber ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Verstehen Sie? Luftloch. Luftloch. Mach das verdammte Handy aus. Davon gehen die Friedwerke kaputt. Runter damit, Mann. Hilfe. Wieso sehen die ganzen Leute hier auf den Sicherheitsvorkehrungen so glücklich aus? Ich mein, sieht man wirklich so aus, wenn man abstürzt? Ich mein, was bringen uns die Schwimmwesten, wenn wir gegen den Berg klatschen? Wo sind denn hier die verfickten Sauerstoffmassen? Ich krieg keine Luft. Schauen Sie sich doch mal den Flügel an, wie der hier am rumwackeln ist. Das bricht so jeden Moment auseinander. Ich hab's gleich gewusst. Sie hat eine Bombe in der Tasche. Wir haben eine Terroristin mit an Bord. Sie fragen mich, ob alles in Ordnung ist. Schauen Sie doch hier die typischen Gesichtsmerkmale. Drei, zwei, eins, fünf, vier. Hey, Siebes. Jo. Da hinten siehst du schon den Flughafen. Ne. Wie klein die Häuser dann sind unsere, ne? Ja, Mann. Was meinst du? Wann landen die circa? Zehn Minuten oder so. Ich geh mal kurz zur Toilette, ja? Auf Toilette? Ja, ja. Ja, ich warte hier so lange alleine. Kommst du danach direkt wieder zum Platz? Ja, ja. Okay. Achso, Siebes. Jo. Kannst du die Stuart da hinten noch mal fragen, ob die noch so Baguettes haben? Die mit Salami oder mit Käse? Haben die auch Schinken? Ich frag mal eben nach, ja? Okay, danke. Was ist mit dem Baguettes? Gibt's da nur noch Schinken oder auch Käse? Die verkaufen denen nix mehr, weil wir gleich landen. Ist egal, dann hol mal den Flächers am Flughafen, oder? Ja, im Duty Free oder so. Wie warm es da sein soll? Ich hör dich nicht, weil die hinter uns die ganze Zeit so laut quatschen. Geht das ein bisschen leiser? Danke. Unverschämtheit. Waren wir uns. Wie warm es da wohl wird? Ich glaube über 30 Grad. Schon macht die Anschlusszeichen aus. Komm schon. Ja. Ich bin da erst eingegangen. Perfekt. Ich wette in 10 Minuten gehen die Türen auf. Gut, dass ich schon mal stehe. Moment. Okay. So lässt sich warten. Wir sind hier im Flug bei Bullshit Airline. Jawoll. Geil. Geile Landung. Hammer. Jetzt alle. Gute Landung, ne? Richtig gut gelandet. Hat er gut gemacht, ne? Ja. Das muss ich nochmal persönlich sagen. Ja, liebe Freunde. Was geht ab? Das waren Fluggäste, die jeder kennt. Wir hoffen, das Video hat euch enormstens getörnt. Daumen hoch. Das war ja wohl einer der geilsten Teile bisher, oder? Ja, richtig schön ordentlich in meinem alten Privatjet. Daumen hoch. Daumen hoch. Das war jetzt 98 Kies. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Hier ein großes Dankeschön an das Technikmuseum Speyer, dass ihr uns den Dreh hier ermöglicht habt. Vielen Dank. Ach jo, hier. Neue Funktionen. Ja, mobile Endcard. Jetzt könnt ihr auch auf dem Handy abonnieren klicken und das empfohlene Video abchecken. Müsst ihr auf jeden Fall machen jetzt. Zeig mal ein bisschen Love in den Kommentaren, in den Bewertungen und so. Gib mal ein bisschen Gas, ja? Hallo Freunde. Wir sehen uns am Sonntag wieder, ne? Bleibt artig. Bis dann. Bis neulich. Bis dann.